Willkommen zu Let's Play Pixelmon und wir sind jetzt letzt stehen geblieben im Pokémon Center um unser Hydropie zu heilen. Naja, toll. Ich will meinen Hydropie aufleveln lassen. Es ist einfach nur so schwach, wenn man es auf Level 5 bekommt, aber man bekommt es ja immer auf Level 5 Starter-Pokémon. Jetzt muss ich wieder das eine Pokémon finden, aber es ist bestimmt despawn, glaube ich jetzt. Okay. Man hört ja auch die schöne Musik. Ich glaube, die ist zu laut, wenn ich jetzt rede. Machen wir ihn auf 11 Prozent. Laufen wir jetzt hier weiter. Ah, die Musik ist auch schon ganz schön. Oh nee, ich habe kein Essen mehr. Das darf da jetzt nicht wahr sein. Ich kann keine Bären essen. Das ist... Wanzana. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss dieses Kramorux wieder finden, ey. Mit R wirft man die Pokébälle. Also holt mal das Pokémon raus. Hier sind so viele Bären, aber ich kann die Bären nicht essen. Nur die Pokémon können das, um Kapi wieder herzustellen. oder Paralysierung oder so zu heilen. Wenn die paralysiert wurden. Es gibt so verschiedene Effekte. Was ist das denn? Ein Flug-Pokémon. Weg, weg, weg. Nein. Das ist mir doch schon ein bisschen zu hoch, der Level. Ja toll. Da ist Lava. Wow. Wir sind am Arsch. Ich bin am Arsch. Welch Idiot. Na toll. Ich habe alle meine Items verloren. Na toll. Eine grüne Aprikoko. Sind wir wieder am Spawn, glaube ich. Mal jetzt. Ah, Mann. Wir brauchen auch Ausrüstung. Level 15. Was ist Level? Level 8. Probieren wir mal Level 8. Schade. Ich glaube da hinten waren wir schon. Ich will dieses Pokémon besiegen da oben. So. Kampf. Tackle. Was? Mein Pokémon pennt. Ich bin am Arsch. Oh. Das hat angegriffen. Tackle. Los, los, los. Yes. Weiter, weiter, weiter. Tackle, Tackle. Weiter. Nein. Ich wollte nicht entkommen drücken. Kampf. Tackle, bitte. Oh mein Gott. Tackle, 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 bitte. Gesichter? Gesichter. Oh Gott. Bitte setz weiter die Scheiße ein. Hm. Beutel. Das ist. Nein, haben wir nichts. Wir haben wir nichts. Pokéball haben wir nichts. Kampf Items haben wir nichts. Toll. Na ja, versuchen wir es weiter. Oh nein, er pennt wieder. Tackle. Das wird knapp, das wird knapp. Toll. Das ist auch scheiße. Können wir wieder ins Pokémon Center rennen. Da ist zum Beispiel jetzt ein Pokémon Center. So durch Zufall, ne? Ja. Da ist ein Goll Boss oder so ein Scheiß. Goll Boss. Na ja. Ich hab meine Items verloren. Ist ja nicht so schlimm. Ich spiel zum ersten Mal diese Mod. So. Nehmen wir uns mal Pokémon heilen hier. Boah. Gibt es ja auch Märkte, zum Beispiel wo man Pokébälle kaufen kann. Dann würde ich mir ein Pokémon fangen. Wird auch viel besser. Das wäre... Das wäre sogar deutlich besser. Achso. Das ist die Blüte. Gehen wir mal da hoch. Zum Glück hat uns das Ding gerade nicht angegriffen. Hier waren wir schon. Trotzdem gehen wir mal hier hoch. Ein Zubat. Hm. Wir waren da hinten im Wald, glaube ich. Aber... Oh mein Gott. Endlich können... Welches Level? Nein. Du? Äh, 15. Weg, weg, weg. Deck. Hm. Oh, oh, oh. Bitte Level 5 oder 6. 39. Au. Kann nicht mehr rennen. Ich liebe es. Ehrlich, ich liebe es. Ich glaube, das sollte man auch friedlich spielen. Testen wir es mal. Friedlich. Äh. Friedlich. Ich glaube, das sollte man wirklich auch friedlich spielen. Kürbisse. Kürbisse. Nimm wir mal mit. Könnten wir gebrauchen. So. Ich weiß, wenn wir gegen Carpador kämpfen. Sie müssen auch nicht so ein hohes Level haben. Da vorne ist eins. Ist das Level? Da, 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 da. Attacke. Attacke. Mudkip. Okay, Kampf. Tackle. Mudkip. Plätscher. Ja, wow. Yes. Und so level ich jetzt meinen Mudkip hoch. Also meinen Hydrupi. Der kann ja eh nur Plätscher machen. Mudkip. Ey. Carpador sind eh die Besten, ey. Die können nichts machen. Oh, guck mal. Drei Klauenfisch? Hä? Man bekommt davon Essen? Wusste ich jetzt nicht. Level. Wow. Ich will nicht sein Level 15er. Mhm. Aber doch. Hau. 10. Hau. Hau. Level 17. Ah. Level 11? Nein, 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 nein. Oh. Goldini? Nein. Springen wir jetzt mal hier ins Wasser? Wo ist denn Pokémon? Was ist das da? Was ist das? Ich hab keine Ahnung was das ist. Ich kann es nicht abbauen. Kacke. Gehen wir mal nach vorne. Gehen wir mal nach da vorne. Äh. Das ist ne Höhle. Da war irgendein Erz, was mich aber grad nicht interessiert zu dringend. Oh nein. Nicht gegen Kampf Pokémon. Ne. Geh. Oh nein. Hm. Gehen wir nochmal ins Wasser für den Karp. Oder? Was sind Goldini? Da. Level 16. Nichts für mich. Nichts. Nichts für mich. Alter. Echtlich ein Pokéball würde ich sagen. Ok, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, auf jeden Fall weg sofort. So, weiße Aprikoko, Aprikoko? Ne, oder, bitte, sei Level 5 oder so, Riolu, ey, ich will auf jeden Fall noch ein Riolu haben, ein Trainer, nein, nix für mich, nix für mich, fuck, man, wir laufen jetzt weiter irgendwo, ich hab keine Ahnung, also ich renne weiter, aber es ist schwer mein Pokémon einfach hochzuleveln, hm, vielleicht haben wir da vorne eine Chance, ich sehe da wieder Kapador rumschwimmen, aber hier ist es richtig tief, und hier ist es einfach nur so eine Kapador rumschwimmen, ach, das lohnt sich hier nicht rumzulaufen, das ist alles Zeitverschwendung, wir haben wieder schon 10 Minuten, die Kacke. Da vorne, dieses Pokémon, diesen Namen kann ich mir nie merken von dem Pokémon, das sehe ich auch nicht. Potrott, hört sich an wie so ein Topf, was bist du, ein Starregel, Level 9, aber es macht nicht, das ist eh zu stark, oder wollen wir jetzt ein Taubsige, oh, schwächer ist Blätter, komm, kämpft, kämpft bitte für mich, Level 9, Level 9, das ist perfekt, hätte ich die Pokéball, würde ich mir die sofort fangen, das konnten sie nochmal, Level 10, oh, das ist verwundet, weg, 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 du bist, Level, das ist Level 10, das ist angehauen, könnten es probieren, aber das ist eh bestimmt zu stark, so, probieren wir es mal, Deckel, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, habe ich hier irgendwas zum heilen, oder so Pokémon, ne, toll, dann kann ich mir sagen, wir sind tot, dankeschön, wow, bester Anfang, ehrlich, für die zweite Folge, naja, Wasserfälle, okay, ich frag mich, ob das hier so Ruin oder so gibt, zum Beispiel für legendäre Pokémon, das wär's, also die greift mich jetzt eh nicht an, ein Blumenreich, hoffentlich ist hier irgendwo ein Pokémon Center, bitte, 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 komm, ich muss meinen Mudkip heilen, mein Hitropi, das sieht schon ganz schön aus hier, aber auch ein Pokémon Center, ey, das wird das, ich weiß nicht, wofür dieser Felsen ist, irgendwie mal eine rosa Tulpe mit, können wir die da rauf gehen, nein, alter, das ist, pfff, drei Blöcke breit, ey, krass, in den Höhlen, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Mod 0 aus, ich kenne nur Pokémon, weil ich Pokémon schon oft gespielt hab, auf dem DS, mal gucken, ob wir hier irgendwas, was ist das hier eigentlich, was ist da, wieso ist das grün, was ist das grün, wofür, von was wird's angegriffen, okay, naja, viel Dank fürs zusehen und ja, das war jetzt auch eine scheiß Folge, weil hier nichts abgeht oder so, viel Dank fürs zusehen und bis zum nächsten Mal, tschüss!